Ein kleiner Energiesparhelfer für Ihren Haushalt. Der LED-Spot bringt eine Stromersparnis von rund 90% verglichen mit normalen Glühbirnen. Er ist mit bis zu 100.000 Betriebsstunden ausgesprochen langlebig und obendrein robust. Stöße und Vibrationen können ihm wenig anhaben. Sein Energieverbrauch liegt bei gerade mal 2 Watt. 20 hochwertige LEDs der neuesten Generation verbreiten ein strahlendes, nahezu blendfreies Licht. Ideal für Wand-, Decken- und Tischlampen. Aber auch für Leuchte- und Seilsysteme. Der Spot ist ausgestattet mit einer GU 5.3-Fassung aus Aluminium. Das sanfte grüne Licht der Energiesparleuchte schafft eine ganz besondere Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Erhältlich auch in den Farben Rot, Orange, Blau sowie Kalt- und Warmweiß. Faszinierende Lichtakzente setzen und dabei Strom sparen. Der LED-Spot macht's möglich.